Ich habe hier heute die schöne Fossiluhr Fronson. Eine wirklich sehr, sehr schöne Uhr. Preislich gibt es die aktuell für 79 Euro auf Amazon zu kaufen. Ich werde sie dir heute vorstellen und reviewen. Es ist eine sehr, sehr schöne Uhr. Im Vergleich natürlich in der Preiskategorie sieht das Ziffernblatt sehr, sehr edel aus. Aber auch so schön geschliffen wurde, dass es je nach Betrachtungswinkel in auch einem dunkelgrün oder einem hellgrün aufleuchtet. Auch die Zeiger gefallen mir unglaublich schön. Ein wirklich sehr, sehr stimmiges Design. Die Lunette lässt sich nicht einstellen. Die ist fixiert. Das Lederarmband ist sehr schön und sehr edel. Gefällt mir auch sehr gut. Für Uhren in der Preiskategorie hat man nicht immer so ein schönes Lederband. Das gefällt mir wirklich sehr, sehr gut gerade. Gut, die Rückseite ist relativ langweilig, würde ich mal behaupten. Aber sieht halt immer auch noch sehr schön aus. Dann, was wir hier noch schönes haben, wir haben hier ein Schnellwechselarmband. Das bedeutet, wenn man hier auf diesen silbernen Punkt drauf drückt, geht das Armband ab. Sehr toll, sehr schön. Finde ich sehr, sehr gut. Da fällt auch noch das zweite ab. So einfach ist dann auch schon das Armband ab und kann gewechselt werden, sodass man jetzt nicht unbedingt nur dieses Armband nehmen muss. Wobei ich persönlich finde, dass das schöne braune Lederarmband wirklich sehr gut zu der schwarzen Lackierung der Uhr passt. Der Verschluss, der ist relativ einfach gehalten. Das ist nichts Besonderes. So sieht die Uhr am Arm aus. Wirklich sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr gut. Kann man sehr gut ablesen. Armband ist auch gemütlich. Absolut klasse. Kann sie auf jeden Fall jedem weiterempfehlen. Kostet halt wirklich nur 79 Euro auf Amazon. Richtig eine tolle Uhr. Sehr schön zum Verschenken. Eine klasse Uhr. Ich hoffe, euch hat sie gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.